Hey Leute, heute zeigen wir euch ein paar wirklich coole Gadgets, die für euer Studium bestimmt nützlich sind und euer Leben erleichtern werden. Links zu diesen Gadgets findest du in der Beschreibung unter dem Video. Dieser USB-Stick-Stift kombiniert zwei unverzichtbare Dinge in einem. Er ist nicht nur ein eleganter Stift, sondern auch ein USB-Stick, der je nach Modell bis zu 64 GB an Daten speichern kann. So lassen sich Fotos, Videos und wichtige Arbeitsdaten speichern und schützen, was für die Arbeit, das Studium, Reisen und vieles mehr praktisch ist. Die zwei verschiedenen USB-Anschlüsse sind mit fast allen Geräten kompatibel. Außerdem kann er auch als Stift verwendet werden und lässt sich leicht überall hin mitnehmen. Entscheide dich einfach für den Stift, der dir am besten gefällt. Lerne etwas über den menschlichen Körper. An einem menschlichen Körper. Das Vigality ist ein Augmented Reality T-Shirt. Richtet ein Smartphone mit einer speziellen App auf iOS und Android auf das super weiche T-Shirt aus 100% Baumwolle und sieht zu, wie es die Wissenschaft der Anatomie zum Leben erweckt. Mit wunderschön gestalteten Augmented Reality und 3D-Lernerfahrungen kannst du Kreislauf-, Atemwege- und Verdauungssystem in vollständig immersiven 360-Grad-Videos erkunden. Die App misst deine Herzfrequenz und ermöglicht es dir, deinen Herzschlag live in AR zu visualisieren. Es gibt keine bessere Möglichkeit, etwas über den menschlichen Körper zu lernen. Jetzt machen wir uns auf den Weg ins Weltall, ohne dabei den Planeten Erde verlassen zu müssen. Mit dieser NASA-Weltraumtasse kannst du all die atemberaubenden Naturlandschaften, mehr als 200 Länder und Regionen von mehr als 10.000 Städten vor deinen Augen erleben. Scanne die NASA-Weltraumtasse einfach in eine Astro-Reality-Explorer-App rein und genieße das simulierte Raumschifferlebnis. Das Design der Tasse ist von der legendären Form der Satelliten beeinflusst und passt bequem in die Hand. Sie besteht aus hochwertiger Keramik, die robust ist und über eine hohe mechanische und physikalische Festigkeit sowie eine hohe Spannfestigkeit verfügt. Wow, wirklich beeindruckend, die Welt im Inneren einer Tasse zu sehen. Vor deinen Augen steht das tragbare Werkzeug zum Lösen von mathematischen Problemen. Ein programmierbarer Grafikrechner der neuesten Generation von Texas Instruments. Der Rechner ist in verschiedenen lustigen Farben erhältlich, mit einem Farbdisplay und mit 12 leistungsstarken Anwendungen ausgestattet, die bereits im Speichern des Rechners vorhanden und einsatzbereit sind. Außerdem kannst du zusätzliche Anwendungen und Funktionen hinzufügen, die für Mathematik und Wissenschaften relevant sind. Der Rechner wird über USB geladen. Wähle einfach eine von 15 verfügbaren Farben aus und probiere alle seine Funktionen aus. Aufgrund der geringen Bildschirmgröße ist es nicht immer praktisch, Diagramme auf einem Taschenrechner zu zeichnen. Hier ist nun eine großartige Lösung für dich. Das eDrew Max, ein Programm mit einer breiten Palette von Funktionen für die Arbeit mit Diagrammen, angefangen bei normalen Graphen bis hin zu Gebäudeplänen, Karten, Produktionsautomatisierung und technischen Entwürfen. Das Programm verfügt bei ein einfaches Menü, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine beeindruckende Auswahl an fertigen Vorlagen. Das ist alles ganz einfach. Zunächst wählst du die Art des Graphs. Wir erstellen ein einfaches Mindmap-Diagramm. Stelle erstmal die Grundidee vor, zum Beispiel, wie man mehr YouTube-Abonnenten bekommt. Füge dann einige grundlegende Themen ein. Gib die Namen der Themen ein. Dann kann man Symbole hinzufügen, um den Look des Ganzen ein wenig aufzupeppen. Am Ende können wir ein hübsches Design-Theme wählen. Jetzt ist unsere Mindmap fertig. Speichere sie dann im richtigen Format. Das kann ein normales Bild oder ein World-, Excel- oder PowerPoint-Dokument sein. Wenn das Programm dein Interesse geweckt hat, ist der Link für eine kostenlose Testversion unten in der Beschreibung. Mache deine Prüfungen und Treffen mit diesem SmartPen stressfreier. Nimm alles auf, sage, zeichne und schreibe, was du hörst, während du deine Aufnahmen mit deinen Notizen verbindest. Das Einzige, was du tun musst, ist, auf deine Notizen zu tippen, um die Audioaufnahmen von diesem Moment an wiederzugeben. Die kostenlose App Echo Desktop speichert die Notizen und Aufnahmen auf deinen Computer. Alternativ kannst du über 200 Stunden Audio und mehr als mehrere tausend Seiten Notizen auf der 2 GB Speicherkapazität des Stiftes speichern. Du kannst nach bestimmten Wörtern innerhalb deiner Notizen suchen und alles, was du brauchst, in Sekundenschnelle finden. Außerdem lassen sich Notizen und Audiodateien ganz einfach per E-Mail oder über eine Vielzahl anderer Websites und Dienste versenden und mit anderen teilen. Intelligente Wasserflaschen sind für alle, die gesünder leben wollen, etwas echt Besonderes. Die Icewater 3-in-1 Smart Wasserflasche verfolgt deinen Wasserkonsum und leuchtet auf, wenn du nicht genug trinkst. Du kannst sogar eine Option einstellen, um sie in den Modus mit tanzenden Farblichtern zu schalten. Außerdem ist sie mit einem eingebauten Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet, was sie zu einer perfekten Ergänzung für jede Trainingsaktivität im Freien macht. Das Gadget kann über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen werden, das in der Lieferung enthalten ist. Der Lautsprecher hat eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden bei kontinuierlicher Musikwiedergabe. Wir alle haben das schon einmal erlebt. Wir haben versucht, während einer Prüfung aufs Smartphone zu schauen, uns dabei aber mehr als ungeschickt angestellt. Es ist schwer, durch Notizen zu blättern und auch schwer, das Smartphone zu verstecken. Schau dir mal diesen Smartphone-Controller an, der entwickelt wurde, um vor anderen versteckt zu werden. Verstecke ihn einfach unter deinem T-Shirt und lege ihn auf deine Brust. Der Controller wird mit einem verstellbaren Gummiband geliefert, das macht ihn bequem und leicht zu tragen. Bewahre dein Smartphone dann in einer Tasche, einem Ordner, einem Rucksack oder einem Notebook auf. Verbinde sowohl den Controller als auch das Smartphone über Bluetooth. Jetzt kannst du dein Smartphone steuern, ohne es zu berühren. Der Controller hat 5 Tasten, mit denen man auf die Funktion der speziellen App zugreifen kann. Mit einem Etikett mit einem magischen 360-Grad-Anti-Spionage-Filter ist das Smartphone für andere nicht sichtbar. Nur für dich. Und auch nur in einem bestimmten Winkel. Das Smartphone lässt sich am einfachsten auf dem Stuhl zwischen den Beinen verstecken. Durch die sehr einfache Haltung kannst du es einfach zwischen deinen Beinen verbergen. Dieser Kuli sieht aus wie jede andere normale Kuli. Enthält jedoch an der Seite einen Clip, der gezogen und ausgefahren werden kann und deine Kuli zu einem geheimen Aufbewahrungsort für Notizen macht. Wenn man den Clip loslässt, rollt sich das Papier automatisch ein, sodass man keine Angst haben muss, erwischt zu werden. Das Papier am Inneren des Stiftes macht es einfach, Notizen zu verwahren und sie dann während der nächsten Benutzung zu entfernen. Jetzt kannst du in deinen Test mit absoluter Zuversicht hineingehen. Hast du dir nicht auch schon mal gewünscht, dass du die Notizen einfach ansehen könntest, ohne dass es jemand merkt? Hier ist die günstigste und effektivste Lösung. Wir stellen dir das versteckte Federmäppchen vor. Dieses Mäppchen ist aus transparentem und farbigen Kunststoff hergestellt. Aus der Entfernung sieht sie wie jedes andere Federmäppchen aus. Wenn man aber genauer hinsieht, kann man durch sie hindurchsehen, sodass man seine Notizen vor anderen verstecken kann. Deine Notizen werden für andere nicht sichtbar sein, da sie sich mit anderen Gegenständen im Inneren des Mäppchens vermischen. Wenn jemand Verdacht schöpft, kannst du die Schachtel einfach auf die Seite drehen. Für einen solchen Preis die perfekte Lösung. Wenn du dich an klassischen Linealen sattgesehen hast, solltest du einen Blick auf dieses kompakte kleine Gadget werfen, das sowohl Kurven als auch Linien misst. Du kannst alles messen, von flachen Oberflächen bis hin zu gekrümmten Objekten. Eine Messung nach der anderen bietet dir Rollover genaue Ergebnisse auf seinen digitalen und kontrastreichen OLED-Bildschirm. Ziemlich cooles Gadget, mit dem du deine Klassenkameraden bestimmt beeindrucken kannst. Wie sieht dein Frühstück aus? Wenn es so aussieht wie dieses, brauchst du definitiv diesen Sandwich Maker fürs Frühstück. Ein frisches Sandwich, das du dir schnell schnappen und mitnehmen kannst, ist morgens das Wichtigste. Entscheide dich einfach für ein Brot und belege es mit Käse, vorgekochtem Fleisch, Ei oder andere Zutaten deiner Wahl. In 5 Minuten oder weniger ist dein perfektes Frühstückssandwich fertig zum Verzehr. Jetzt weißt du, warum jeder, der Sandwiches zum Frühstück liebt, dieses Produkt in seiner Küche haben möchte. Bist du es leid, deine Prüfungen nicht zu bestehen? Dann kommt dieses Gadget genau richtig. Lerne den ersten Stift der Welt kennen, der über einen Mini-LCD-Bildschirm verfügt, auf dem deine Antworten angezeigt werden können. Schließe ihn einfach an deinen PC an, übertrage eine PDF und andere Textdateien auf den Stift und schon bist du bereit für deine Prüfung. Du wirst deinen Text deutlich sehen können und wenn jemand zu misstrauisch wird, gibt es sogar einen Notfallknopf, der den Stift sperrt. Außerdem ist es unmöglich, ihn ohne die richtige Kombination zu entsperren. Der Stift ist schlank und klein, sodass er genau aussieht wie alle anderen normalen Kugelschreiber. Wusstest du, dass eine aufrechte Körperhaltung dir hilft, tiefer und leichter ein- und auszuatmen, mehr Sauerstoff an dein Gehirn zu senden und es dir ermöglicht, wach und konzentriert zu bleiben? All diese körperlichen Veränderungen fördern dein Denken und deine geistige Klarheit. So bist du effektiver, wenn es darum geht, anständige Aufgaben zu erledigen. Wenn du dieses kleine Gadget auf den Rücken legst, bekommst du jedes Mal, wenn du dich krumm machst, eine leichte Vibration. Die Ergebnisse werden über die App verfolgt und lassen dich wissen, wie du vorankommst und geben dir sogar einen Trainingsplan an die Hand. Eine gesunde, aufrechte Körperhaltung stärkt die Rücken- und Kernmuskulatur, riecht die Durchblutung an und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Ausgestattet mit einer Multisensor-Technologie erkennt Upright GoTo die Bewegungen deines Körpers, die Position des Oberkörpers und andere Haltungsmoancen. Es sendet eine sanfte Vibration aus, wenn du dich krümmst und trainiert deinen Körper, in korrekter, aufrechter Haltung zu sitzen oder zu stehen. Das brauche ich jetzt unbedingt. Hast du es, jeden Morgen von deinem Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden? Es gibt eine Möglichkeit, diesen schrecklichen Adrenalinschub zu umgehen. Ein Wecker mit Wecklicht, den man auch als Sonnenaufgangswecker bezeichnet. Dieses Gadget steht auf deinem Nachttisch wie ein Wecker, aber anstatt dich mit Geräuschen zu wecken, weckt er dich mit Licht langsam über 30 Minuten auf. Du kannst zwischen 7 Farben und 20 Helligkeitsstufen für dein Sonnenaufgangslicht wählen. Außerdem stehen 7 Naturgeräusche und ein Radio zur Auswahl, sowie 20 Lautstärken für diese Geräusche. Was auch gut ist, du kannst deine Smartphones aufladen, während du nachts schläfst. Darüber hinaus kannst du es auch über dein Handy per Wi-Fi steuern. Dieser Wecker ist so groß, dass er an der Ecke deines Schreibtisches, im Regal, in der Küche oder im Schlafzimmer stehen kann. Schreib einfach mal in die Kommentare, welches Gadget dir am besten gefallen hat. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.